Wenn es immer noch weiße Wölfe im Wald gibt, wieso beschützen sie denn unser Dorf nicht mehr? Die Legende besagt, dass ein mächtiger Zauberer sie bestraft hat, weil sie sich gegen uns gewandt hatten. Bis eines Tages ein Ritter kommen und die ganze Welt retten würde. Kann ein Ritter sowas wirklich tun? Natürlich kann er das. Ein Mensch kann alles erreichen. Aber nur, wenn er fest daran glaubt. Von ganzem Herzen. Schnell! Ich will bei dir bleiben. Tu, was ich sage. Sava, was tust du hier? Ich hol dich da raus, Mama. Schnapp euch den Jungen! Wie willst du denn dein Dorf retten, Junge? Vielleicht kenne ich jemanden, der dir helfen kann. Ich will den Zauberer besuchen. Ernsthaft? Ein Moskito auf einem Thron? Sorry, wenn ich schlafe, kann ich nicht alles kontrollieren. Makatunga, sollen sie leben oder sollen sie sterben? Tötet sie! Wanscherz, Wanscherz, lasst sie leben! Stinkt dir! Was tust du denn da? Wir alle warten auf den Einen mit dem Herzen eines Kriegers. Spul vor, komm zum spannenden Teil. Wir ziehen in den Krieg! Gegen die Wölfe, Hurt? Sie wird euch alle töten. Aber wir sind trotzdem noch viel zu wenig. Das schaffen wir! Das glaube ich. Es tut mir leid. Im Auftrag des Königs muss ich dich wecken. Leute, da kommt was, was ganz Großes. Schließ die Linien! Ich hab das rosa Licht schwer! Zauber, was hast du vor? Ich werde die ganze Welt retten. Ich habe das glücklich! Was ist das? Ich habe das glücklich! Was Schlesien Entrepreneurs? Ich habe das glücklich! Und Kids Master top germ! Bein Shooter! The Glücklich leben Bein from 살�is allez!